Jetzt würden wir absolut keinen Schaden nehmen. Du musst doch auch nur einen Schwachstil da haben. Jetzt sehe ich ihn nicht mal mehr. Ist noch so ein Ding. Als ob mir das weiterhelfen würde. Okay, bewegt sich wieder scheiße. Dinge scheinen scheinbar irgendwas zu bringen. Aber scheiße, wenn man dich daneben wirft. Scheiße, was machen wir gegen den? Je nachsam die Option raus. Der wird nicht. Vielleicht keine Munition mehr. Nirgendwo. Die Heldung wäre jetzt nett. Die habe ich da unten gefunden. Das ist der Bastard. Weiß wo ich bin und zündet dort so ein... Das ist ein bisschen ein Zwieg. Die verletzt wirklich nichts. Die kriegen wir den tot. Die werden mich verarschen. Die werden mich verarschen. Alter Verwalter. Der ist nicht so tot zu kriegen. Ich habe alles auf den verbraten. Der ist irgendwo eine Schwachstelle. Ich werde nicht sterben. Ich werde erstmal googeln, wie wir den tot kriegen. Der steht immer noch als wäre der neu. Das kann ja gar nicht sein. Komplett unbehört. Das wäre nichts gewesen. Spiel, du wirst mich doch veralbern. Die Länge könnten nützlich sein, aber... Erstens müssen wir treffen. Zweitens... Ich bin gleich tot. Oh nein. Und jetzt mit dem. Ich kann nichts ausrichten bei dem. Los töte mich. Ich bin echt ratlos. Ich habe... Das gesamte Arsenal ist auf der Punkt. Ich glaube, ich habe ihn auch nicht abgefeuert. Ich weiß es auch nicht. Öffne das Hangator. So. Was soll das vielleicht machen? Ist ja nur eine Ablenkung. Danach sieht das nämlich aus. Und öffnen wir das Hangator. Ein schlechten Weg drumherum, dass wir dann irgendwie... Ist ja irgendein... So ein Raum finden, wo hier... Wo das Tor geöffnet wird. Such mal an einem Schalter. Das wäre die Idee. Okay. Erstaunlich ruhig hier. So. Mal hier oben nach einem Schalter. So. So. Also. Okay. Das Hangator ist offen. Vielleicht können wir da durch. ich kann nur einfach ab jetzt geh kannst du gern kletter und steigen ok die lösung habe ich gefunden glaube ich aber kletter und steigen ist dann noch das andere dann müssen wir den erst ausschalten dann weiß ich nicht wie sanator ist damit offen jetzt hätten wir zeit hier mal gerade hoch los klettere klettere du Bastard kletter als würde es um dein leben gehen ich verstehe es nicht können wir denn irgendwie leute ich gucke jetzt erstmal leitern klettern können wir scheinbar nicht werden des kampfs warum nicht ich bin am ende meiner ich hole die komplette Saison ich bin am ende meiner klar ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht Vielen Dank. 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 Oh, Scheiße. Das war nicht geplant. Oh, okay. Oh, okay. Thank you. Oh, okay. 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 Oh, okay.